Kampfpanzer Leopard, ein mächtiges Fahrzeug. Mehr als zwei Volkswagen breit und lang. Leergewicht fast 37 Tonnen. Das entspricht dem Gewicht von 43 Volkswagen. Hier leichtes Blech. Hier starke Panzerplatten. Allein das Triebwerk wiegt 4,5 Tonnen. So viel wie 5 Volkswagen zusammen. Jeder mit 1300 Kubikzentimeter und 44 PS. Dagegen besitzt der Leopard 37.000 Kubikzentimeter und 830 PS. Wendekreis des VW 9,60 Meter. Wendekreis gleich Fahrzeuglänge. Klettern fällt diesem schwer. Ihm aber nicht. Steigfähigkeit 40% beim VW. 60% beim Leopard. Unsere zwei ungleichen Brüder in 1,20 Meter Wassertiefe. Und bei 2,25 Meter. Und wenn jeder andere schwimmen muss, der Leopard fährt und fährt unter Wasser und taucht auch wieder auf. Der Leopard 47 140 oderl. Ansonsten der Leopard. Untertitelung des ZDF, 2020